Hallöchen ihr Dan Aleph hier und willkommen zurück bei Call of Cthulhu, wo es weiter geht hier zurück im Riverside Institute, wo es meine Aufgabe ist heute die liebe Dr. Cohn zu finden, die ja von Fuller anscheinend entführt worden ist. So, erst mal hier umgucken, was wir da finden. Genau, da haben wir ja dieses... ...eine alte Diary. Die Scylla ist hier. Wie in der Vision. Colden kam dieser Weg. Was, der... Fuller auch. Stofftabletten wird wahrscheinlich bei Patienten verwendet, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Also, alle, wirklich alle hier auf dieser fucking Insel haben dieses Zeug konsumiert. So, das ist der Schrank, da kann ich mich aber nicht verstecken. So, haben wir hier noch so ein... Uh, so ein Bestiarium-Buch. Buch... ...lesen. Ja, aber hatten wir. Vollständige Offenbarung, Erfolg. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten, von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mystischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Okay. Was geht denn das heißt? Ich... Ich hab die jetzt alle? Ja, nein, doch. Okay, cool. Läuft. Gut. So. Haben wir hier irgendwo ein Öl-Lämpchen oder so ein Bums? Zum Aufhören. Und ich switche aufs Feuerzeug. Guck mal. Das zu. Bidubidu, bidubidai. Bidubidu. Genau. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Ist die Sache, ob die mich sehen darf, na? Das ist alles weichheitlich, na? Scheiße. Ist alles abgeschlossen. Okay, da steht einer. Okay. 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 Ist hier vielleicht irgendwas? Da war ja der kaputte Wasserhahn. Da geht's nicht weiter. ne? Da ist wieder dieser Rauch, ne? Ich glaube, ich muss hier runter, na. Ich muss runter, ja. nicht! Nein! Nein! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Was ist passiert mit mir? Was ist das? Oh, Junge, oh, es ist, oh, ja, und, oh, das ist, oh, das ist, oh, das ist, oh, ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Jetzt bin ich hier wieder in so einer Art Zwischenwelt oder so einem Scheiß, ne? So, da, Medizinkunde, geheime Wissenschaften. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht-alligante Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele andere haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde bereichert. Alter, wo ist denn hin? Ah, okay. Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Ich habe halt keine Ahnung, ob da irgendwas kommt, ne, und mir ins Müsli kackt. Oh, Lomo Delinquente. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesar Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in den Kontext zu dessen kriminelle Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Ah, geil. Okay, hier ist aber nichts mehr. Oh, da ist ja noch was, ne, ne. Okay, okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Hier sind jede Menge Glyphen und Ruten und so ein Bums. Ich glaube, ich muss irgendwas finden, ne. Das ist ja nur die Frage. Was oder muss durch dieses ganzen Abschnitt hier durchgehen? Ich kann mich aber nicht verstecken, ne. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, ich gehe mal, ich gehe mal, ich gehe mal, gehe ich hier durch? Gehe ich hier durch? Kann ich nicht durch? Kann ich auch nicht durch? Kann ich auch nicht durch? Kann ich auch nicht durch? Okay, 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 was ist hier jetzt? Kann ich nicht durch? Das ist verschlossen. Also durch diese ganzen Bereiche hier kann ich nicht durchgehen. Das heißt, ich muss hier irgendetwas finden, auslösen, was auch immer. Nur was genau? Was genau? Was genau? Also ich kann die Lampen hier benutzen. Okay, das habe ich jetzt schon mal gecheckt. Ah, ah. Oh, junger. Oh, junger. Oh jonge, ach nee. Okay, 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 oh jonge, okay, also das haben wir hier gemacht, das ist das Ding hier frei, die Administration. Okay, jetzt gilt es hier irgendwas zu finden. Oh, okay, okay, hat ja lange genug gedauert. Also Administration. Aber ist auch nicht richtig, ne? Ich muss diesen weißen Spuren hier folgen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Oh, ist das gruselig. Oh, ist das gruselig. Oh, Junge. Oh, Gott. Oh, ich hasse das. Okay, ich bin hier. Okay, das ist alles hier, das ist alles noch versperrt. Okay. Irgendwie da lang? Oh, das passt nicht. Ich muss da runter. Oh, das ist auch, was ich hier finden muss. Irgendwie muss ich hier durch. Da rein. Es geht da durch. Okay, also. Kann ich das jetzt machen hier? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Da läuft was. Oh, da läuft was rum. Da läuft was rum. Ich hasse das auch. Nee. Und hier läuft so ein Kackviech rum. Das ist der Schreibtisch von voller, ne? Mary Donovan. Wahrscheinlich muss ich da hin, ne? Wahrscheinlich muss ich da hin. Oh. Das ist wie so ein Huygen Seed mit einem Viech. Ich hasse das auch. Ich mag das überhaupt gar nicht, ne? Das ist ätzend. Oh, scheiße. Okay. 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 Das ist wie so ein Huygen Seed mit einem Viechen 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 Seed mit Okay. Okay. Oh, kacke. Okay, okay, okay. Kann ich jetzt sehr durch. Ich merke schon, wie ich gerade. Ich werde das nicht mehr sehen. Ich werde das nicht mehr sehen. Ich werde das nicht mehr sehen. Scheiße. Und jetzt? Da ist nichts. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Alter, okay. So, warte mal, ich bin hier durch. Warte mal, nichts. Ich muss jetzt hier... Der ganzen fucking Weg da außen rum, oder wie? Bin ich immer wieder hier, ne? Boah, ich hasse das. Oh, Junge. Es ist voll der weite Weg. Oh, weg. Okay, also. Oh, das ist echt ein verdammt weiter Weg. Okay. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob ich rennen soll, ne? Wofür bist du mich hin? Da durch. Aber das ist doch nichts. Oh, Junge. Oh, Junge, oh, Junge. Ich hab gleich kein Licht mehr, ne? Ich bin tot. 3, 2, 1. Oh, shit. Oh, kacke. Aber was, 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 was ist denn dann da hinten? Was ist denn da? Ich komm da doch nicht weiter. Ich komm da beim besten Willen nicht weiter. Warte, aber ich war hier drin und da... Okay, ich muss also... Oh, Junge. Ich muss hier durch diese Tür... Oh, scheiße. Ey, Alter. Okay, 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 okay. Okay. Oh, Junge. Ich renn das mal, ich renn's mal. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Okay. 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 Die Dinge sind zurück zu normal. Ich fühle mich gerade so richtig mies und wohl. Ich fühle mich so richtig mies und wohl. Ich muss durch die andere Tür. Scheiße. Okay. Okay, und jetzt? Das ist jetzt so eine never ending story. Was ist passiert? Come on. It never ends. Oh! 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 Das ist mir. Oh, oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh, Gott. Ich muss rauskommen. Oh, Gott. Okay. Oh, ich... Oh, Alter. Ich... 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 Ich feier sowas. Boah, ich bin super nervös. Bitte, take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No, it can't be. No. You son of a bitch. What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer. This madness must stop. No, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. inspizieren absuchen irgendein Hinweis ne ne ich glaube nicht ich glaube ich muss da raus wieder ne oh leck vor allem auch diese Stille ne ich glaube nicht 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 Der Fleur von Sarah Errungenschaft Er gab ihm die Gold und ich, die Azur. Ich sehe ihn nicht mehr oft. Der Grün ist stärker. Are you feeling ill? Ich bin hier, aber nein. Nein. Wir kommen dich aus hier. Es kommt in meinen Tränen. Unsere Minden fliegt wie Farben auf einem Palette. Komm mit mir. Es ist der älteste Grün. Ein violentes Leben. Vibrant. Ein Seagrün vielleicht. Nein. Nein. Frau Hawkins, wir müssen gehen, bevor jemand herausfindet. Oh, aber er wird. Er weiß immer diese Dinge, wenn es um mich geht. Okay, was ist das? Ich habe den gleichen Farben gesehen. Es war nicht so vivid, wie du gesagt hast. A pale copy. A discarded Spawn. Du wirst wissen, was es war? Tell me. Ich kann nicht. Wir sollten nicht nennen ihn. Terrible. Terrible. Konsequenzen. All right. Komm mit mir. Er wird wissen. Er wird uns finden. Okay. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Okay. Sarah Hawkins. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Okay. You mean the guards? Yes, sir. Follow me. What the? Oh, no. Come out of your dumb hiding hole. Okay. You won't get far. Okay. Okay, okay, okay. Gut, das heißt, die liebes Sarah befreien. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und ob ich das schaffe, das sehen wir dann. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, ich bin da noch eh drin. Ihr Lieben. Also, nochmal. Ob ich es schaffe, die liebe Sarah zu befreien, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.